Hallo! Mein Name ist Sarah und ich kann mir vorstellen, dass Sie an einer Behandlung zur Gewichtsabnahme interessiert sind. Also, bevor Sie dieses Produkt kaufen, bleiben Sie bis zum Ende des Videos, dass ich Ihnen alles sage, was Sie über SlimySol wissen müssen. Ich habe auch sehr wichtige Warnungen, also achten Sie genau darauf, was ich Ihnen zu sagen habe, damit Sie Ihr Geld nicht verschwenden und Ihre Gesundheit nicht aufs Spiel setzen. Was also ist SlimySol? Nahrungsergänzungsmittel zur Gewichtsabnahme, das für diejenigen entwickelt wurde, die bei ihren Versuchen, Gewicht zu verlieren, auf Frustration und Misserfolg gestoßen sind. Es ist völlig normal, dass Ihr Gewicht im Laufe der Jahre zunimmt, also seien Sie sich bewusst, dass es nicht Ihre Schuld ist. Übergewichtige Menschen finden es schwierig, mit dem Abnehmen zu beginnen. Selbst wenn Sie sich ausgewogen ernähren, Ihre Kalorienzufuhr reduzieren und regelmäßig Sport treiben, kann es sein, dass Sie nicht das gewünschte Ergebnis erzielen. Wenn Sie also immer noch nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen können und dies ohne chirurgische Eingriffe oder teure Behandlungen erreichen wollen, sollten Sie ein Mittel in Betracht ziehen. In diesem Fall ist SlimySol die beste Wahl. SlimySol gibt Ihnen einen Energieschub, damit Sie sich auf Ihr Abnehmziel konzentrieren können und nicht tagsüber müde werden. Thermogene Fettverbrenner und ergänzende Energielieferanten bieten einen umfassenden Ansatz, der die Fettverbrennung beschleunigt und es Ihnen ermöglicht, schneller Ergebnisse zu erzielen als mit einer Diät und Sport allein. SlimySol unterdrückt das Hungergefühl, stimuliert die Thermogenese, erleichtert den Fettabbau und gibt Ihnen Energie. SlimySol enthält starke natürliche Antioxidantien, die den Körper von Giftstoffen befreien und für einen schnellen und natürlichen Gewichtsverlust sorgen. Als Ergebnis werden Sie abnehmen, Ihr Selbstwertgefühl wird sich verbessern, Sie werden in der Lage sein, die Kleidung zu tragen, die Ihnen nicht mehr passt, und jeder wird Ihnen sagen, wie schlank und schön Sie aussehen. Sie werden auch feststellen, dass sich Ihre Stimmung und Ihr Gemüt deutlich verbessern. Durch das Abschmelzen des Fettes an Bauch, Rücken, Oberschenkeln, Armen und Gesicht werden Sie sich jung, selbstbewusst und leicht fühlen. SlimySol hat gute Bewertungen von Ärzten aus der ganzen Welt erhalten, was einmal mehr seine hohe Qualität und Wirksamkeit bestätigt. Das Medikament ist natürlich und von guter Qualität und verursacht keine Nebenwirkungen. Die Kunden sind mit SlimySol zufrieden, und viele verwenden es schon seit langem. Zur Anwendung von SlimySol ist anzumerken, dass eine gute und lang anhaltende Wirkung eine regelmäßige und korrekte Anwendung erfordert. Das Unternehmen empfiehlt die tägliche Einnahme des Arzneimittels. Aber Achtung! Wenn Sie SlimySol kaufen wollen, sollten Sie unbedingt darauf achten, auf welcher Website Sie es kaufen, denn SlimySol wird nur auf der offiziellen Website verkauft. Dieses Produkt wird nicht auf Amazon oder in Apotheken verkauft. Um Ihnen zu helfen, habe ich den Link zur offiziellen Website unten in der Beschreibung dieses Videos angegeben, damit Sie sicher sein können, dass Sie das Originalprodukt kaufen. Klicken Sie einfach auf den Link und Sie werden auf die offizielle Website des Herstellers weitergeleitet, wo Sie Ihre Bestellung aufgeben können. SlimySol ist jetzt zu einem Sonderpreis erhältlich, aber beeilen Sie sich! Tausende von Menschen auf der ganzen Welt entdecken die erstaunliche Wirkung von SlimySol und bestellen bis zu sechs Einheiten oder mehr gleichzeitig. Um die Qualität des Produkts aufrecht zu erhalten, werden nur 1500 Einheiten pro Jahr hergestellt. Das bedeutet, dass die Nachfrage das Angebot schnell übersteigen kann. Daher müssen Sie schnell handeln, um das Produkt zu kaufen, bevor die Bestände aufgebraucht sind. So, das war's. Ich wollte dieses Video aufzeichnen, um Ihnen zunächst zu sagen, dass Sie mit der Website, auf der Sie SlimySol kaufen werden, vorsichtig sein sollten und auch, wenn Sie das Produkt kaufen, die Behandlung genau durchführen und ernst nehmen sollten. Vergessen Sie nicht, dass Übergewicht zu ernsthaften Komplikationen für den gesamten Organismus führt, wenn es nicht richtig behandelt wird. Um irreparable Folgen in der Zukunft zu vermeiden, sollten Sie die Behandlung so bald wie möglich beginnen. Ich hoffe wirklich, dass dieses Video Ihnen geholfen hat und ich hoffe auch, dass SlimySol Ihnen wirklich hilft, Ihre Gesundheit zu verbessern. Vielen Dank fürs Anschauen!